Hast du eigentlich heute irgendeinen Schutz? Wirst du nicht gesucht oder gibt es ein Kopfgeld auf dich? Das ist aller Blödsinn. Also ich weiß davon nichts. Ich bin mein eigener Schutz. Sollte irgendjemand was von mir wollen, ich weiß nicht, dass jemand was von mir will. Das heißt ja immer, wenn jemand aus dem Club geht oder auch vielleicht nicht im Guten geht oder so, dass man dann Angst haben muss, dass der Club nicht vergisst und so. Also ich habe keine Angst und das heißt so vieles, das sind Leute, die bezieht ihre Informationen, also die Leute, die diese Frage oder dieser jemand, der diese Frage stellt, der bezieht seine Informationen wahrscheinlich aus Fernsehen oder aus YouTube oder keine Ahnung was bei sich. Da wird das ja immer alles maßlos übertrieben. Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren aus dem Knast raus, ich habe keine Probleme, nein. Ich habe ja nach wie vor in die Szene Kontakt, egal ob zu Hells Angels oder auch zu Bandidos. Nein, habe ich nicht.